Und wo ist er jetzt drauf geworden? Ich höre nur, oh, 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 tot. Er meinte, Lava Bunsen müssen ohne die Potion, auf die Potions wachten. Die war noch, äh, die war noch da. Die Potion. Ich komme jetzt nicht weiter ohne Risiko einzubringen. Du bist aber vor ein Lava gestorben. Ja, ich habe Waterwalking Potion und Obsidian Schädel. Das heißt, ich ignoriere, äh, Flammenblöcke. Und ich kann auf Lava laufen. Aber wenn sie in mein Gesicht rein, in mein Gesicht reinplatscht, scheine ich es nicht ignorieren zu können. Na gut, hier hinzukommen wird natürlich nie einfach. Meine Potion in Ordnung, ich komme nicht mehr zurück gleich ohne die Potion. Das heißt, ich muss mir jetzt überlegen, was ich tue. Entweder gehe ich hier, sammle ich deine Sachen an und dann geh zurück. Oder ich haue jetzt ab und dann, ja. Ja, wenn du das schaffst, alles mitzunehmen. Kannst du versuchen. Dann lächle ich auch noch drauf hier. Ja, au, au. Blödes Vieh. Stirb. Blödes Vieh. Warum sehe ich jetzt so wenig? Ich bin geblendet von denen. Oh mein Gott. Das ist die Voodoodoll bloß nicht in der Lava. Das ist gut. Oh, wir haben eine Voodoodoll. Yay. Oh, zum Glück ist die nicht reingefallen. Ja, war in so einem komischen Turm drin, der vorzack. Aua. Ich hörte schon wieder ein Blümchen. Ich glaube, ich habe alles, ich weiß es nicht. Ich kann es dir leider nicht sagen. Will ich voll jetzt auch, ne? Ups. Und ich werde wohl sterben. Tot. Ja, ich habe noch fünf Sekunden. Ich komme hier nicht mehr weg ohne den Potion. Das heißt, ich muss mich jetzt zurück beamen. Ja, dann mach das. Mehr Rohforsorin. Psssssch. Oh Mann. him him. Warte, warte, warte. Oh, geht man wieder weg. Ja, jetztbald Colombine. Guck mal, du hast deine Waffen, Bias, man. Das brauchst du doch nie im Leben, alles. So, Platzverschönung. Oh, das war meine. Ah, egal. Meine Axt. Äh, was haben wir denn noch hier alles? Das ist doch so auch Clay, oder? Jawohl. Guck. 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 Äh, ich guck mehr mehr hab ich nicht. Nur noch Mugbox und hier ein Bett zum Einlagern. Ja. Ansonsten die ganzen Sachen zum Einlagern. Ja, ich hab ja eh nicht viel mitgehabt. Na gut. Danke. Also ich find diese Restoration-Potion schon sehr interessant. Davon hab ich noch gar keiner gesehen bisher. Von denen du irgendwie 30 hast oder so. Ja, 14 nur. Oder die großen Heal-Potions, von denen wir auch nur alle hier diese 50er haben. Aber ein bisschen mehr Sharing wär natürlich nett, ne? Die sind... Die sind... Die gab's alle im Dungeon. Aber gut. Hier. Ups. Jaaa... Ne, das ist ne Voodoo-Doll. Die such ich gar nicht. Wollt ich denn jetzt? Ach, jetzt weiß ich, wie das ich wollte. Wird Block holen. Jaaa... 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 Das ist ne Voodoo-Doll. Das ist ne Voodoo. Jaaa... Ich hab das nicht gehört. Jaaa... Jaaa... Ok Ist das hier Clay? Das ist das der Clay hier auch Das ist... Gary! Bradley! Haha Gary, aber ich heiße Bradley! Bradley! Oh Talid Okay Äh, gib mir mal bitte das Hellstone Und verarbeit' ich Lichte hier irgendwo Drinnen in einer Kiste, ich weiß nicht wo Äh, Waterleaf Könnt nicht sein, hier ist nix drin Irgendwo in einer Kiste sag ich, irgendwo, ich hab keine Ahnung wo Irgendwo ist es schon drin Hier ist Waterleaf, ja Hier find ich keins Jetzt wollen wir zweimal Water Ich glaub wir sind hier unten irgendwo Waterleaf, ja Waterleaf, ja Waterleaf, ja Na ja, ok, haben wir ja alles Zack Ey, ich hab sie denn an der Skin Portion Hast du noch eine, oder? Victor? Ich hab gar keine, ne Aber die brauch ich auch eigentlich nicht so Für den Notfall? Würde ich zwar einen immer mitnehmen Aktivieren und dann, ne? Die Moon und so Glaube ich eh nicht im Notfall Glaub nicht Wer ist das? Ich verbaue das Zeug lieber Ich poche lieber anders halt die Dinger ist da Ja gut, die haben wir ja sowieso Man hat ja nichts mit dem Blossom Silver zu tun Die kann man dann sowieso nix anders mit machen Außer ne Portion Ja, wie gesagt, ich benutze die halt lieber für andere Kram Wobei bei denen ist halt sowieso relativ glücklich gering, was man machen kann Dann packe ich hier noch eine rein Hm, hier ist nirgendwo Kling Was ist das Kling? Was ist das Kling? Was ist das Kling? Dann, 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 dann Aha Immer noch keine Hm Ich hab' ein bisschen Geld Äh Hm Hab' ich genug? Ja, das heißt genug Gale Aber ich hab' ein bisschen Gale Um mich nicht fack zu machen Fack'n 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 Ja, besser Kannst dir nicht mal ein so'n riesen Clayfeld geben, was ja immer nur so'n kleines Stückeltes Mist zu uns da Hm, ja Clay hab' ich auch nicht gefunden Ja, Clay Ah, Clay Erstmal Erstmal Wessen noch draußen hier? Sela Achso, siehst das Sela? Oh, wires und lever und switches, alter Teuer, teuer, teuer alles Kann doch keiner Mensch mit zahlen Ja, die Scheiße Ja, das Kann doch keiner Mensch mit zahlen Ja, die Scheiße Lalalalalala Fackel 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 Irgendwo nur Fackel Da Hm, wo geht da hin? Ich seh' die Zahl immer noch weiter nach rechts wandern Keine Ahnung Irgendwo hin und dann wieder zurück beamen Einfach mal durch die ganze Grazie durchgehen Ah, boom, nia, sam, farm Oh, hier war einfach ne Falle Na gut, ich bin raus Jo